es war nicht mehr gepackt ja schlafen schnell aus meinen Fehlern lernt jetzt ihr die haben richtig viel freigelegt ich glaube dass noch ein paar Diamanten hoffentlich dabei Diamanten ist das erstmal nicht so oder Burner doch für die Query brauchen eher Eisen und aus denen können wir wir haben ja nicht bald Minimstein wir haben voll viel Gold da können wir uns ein bisschen Eisen machen ich guck mal Minimstein dazu brauchen wir acht ein Gold fünf ne vier Eisen und vier Steine und dann noch halt acht Minimum Scherben das dürfen wir doch also das könnten wir eigentlich schon machen bis auf die acht wir brauchen noch zwei dann kann der einmal in die Farm gehen Philipp, äh, gehst du mal warst du unten bei Mobs ich brauche noch ein bisschen Holz bist du oben? ja was? egal was? wie warst du? wer hat das zugebaut? meinst du die Minimum Scherben? ja die droppen nur aus Monstern oder kann man die auch anders kriegen? kann mal jemand äh, Philipp, kannst du mal ganz kurz kommen, bitte? ja, ich bin auch mit dir und das ja abbauen den Stein da weil ich da runterspringen will da ist Wasser sicher? ich hab's da hingesetzt und ich bin daneben gesprungen und ich hab wieder mal und ich hab wieder nicht geschlafen boah warum schläfst du nicht einfach mal? leg dich doch einfach mal ins Bett ja, danke Philipp, geh du mal runter ich weiß, es ist die Sport ja, danke da ist aber eigentlich ich bin irgendwie an eine Kante gekommen dann würde ich das Wasser doch ein bisschen breiter machen ja, nee, das geht aber nicht weil da ist, äh, Kabel im Weg ah, hier, und bitte, 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 oh, geschafft Junge was hast du alles dabei gehabt, Jonas? äh, nichts Alter, Jonas, aber hm ich hab ja gerade alles für dich auf ja, ist gut guck mal, was die dummen Mining Tudels gemacht haben da die haben Lava freigelegt du musst trotzdem runterkommen, ich bin voll äh, Philipp, warte, soll ich schnell oder wie lange brauchst du noch, Jonas? ich bin gleich da aber du kannst es dir auch mal angucken, wenn du Lust hast dann geh ich auch mal runter, macht Spaß ja, wir haben echt richtig viel freigelegt das sind ja auch vier Stück kann da runter springen? also, in das eine Loch also, du musst halt treffen kann man das nicht treffen? oh achso ja, ich dachte, du willst Gänge graben ja es sind Gänge es sind vier Gänge nebeneinander achso jetzt auf Samuel, hier, alles auf äh Philipp, kannst du mir meine Items geben? äh, Philipp, wo bist du? ja, ich bin gerade auf dem Weg ach, Philipp, du hast meine Spitze äh, Christoph, du hast meine Spitzhacke Tout-Kline gesammelt mal das ist krieg ich die wieder das ist das ist 8 ja ist so wichtig ist es für dich das ist für dich das war nicht alles von dir auch was ich gehöre wir sind Diamanten oder mehr ist etwas anderes leck mich doch am Sack e welche Texturen und die sind hier sind hier ich hab die Meinturtles haben auch welche eingesammelt ja der ist Gold alter Jonas bringt assig alles was ich boh ist gut hier haben die jetzt nicht hier haben die jetzt keinen Platz mehr alter so hoffentlich kommen die wieder zurück ey hier sind noch Diamanten scheiße man guck gib dir mal was die gemacht haben was denn hier hinten ja ich seh ich seh es nicht fuck wenn die jetzt stehen geblieben sind irgendwo in der Lava nein die sind nicht stehen geblieben ja so teuer sind die doch nicht die haben aber Diamanten dabei und alles die gehen nicht durch Lava kaputt ja aber wenn die jetzt stehen geblieben sind irgendwo in der Lava ja ich würde ich von oben einfach drauf gehen so einfach alles ja ja über uns ist eine Schlucht das ist ja ich finde es auch sie er hat es veröffentlicht fahrrad das habe ich das habe ich nicht einkalkuliert und ich bin tot nein du stirbst jetzt nicht Ich hab geschlafen. Lerne aus deinen Fehlern. Drecksack, leere, stirbst jetzt. Habt jemand Wasser, Nigel? Nein, warum soll ich Wasser dabei haben? Kein normaler Mensch. Die sind hier oben. Bei uns. Killer-Priest. Wer ist die? Ja. Ey, Leute. Ey, Philipp, du bist... Jonas, bist du wieder verbannt? Ja, ja. Du bist so eine Banane, ey. Was sind die bei uns? Nicht einsammeln, Christoph. Die stochen sich alles jetzt. Ey, Jonas, ich geh mal hoch. Ja, du hast jetzt... Ich hab jetzt gar nichts mehr hier unten. Ich weiß. Also, schreib mal das, die von weggehen. Naja. Ah, das sind jetzt aber Diamanten. Ja. Ich bin schon wieder am Brennen, ey. Alter, was ist denn daran so schwer, da nicht reinzulaufen, Jonas? Vielleicht schaffe ich's noch zurück. Du bist so ein Knecht. Ich weiß. Du bist ständig brennt drin. Oh, ich hab aufgehoben zu brennen. Ey, warum... Was wollen die eigentlich? Ja, das ist gute Frage. Oh, warte, ich trink mal was von meinem Red Bull. Das hab ich keine Spitze gehört. Alter, ich könnte ausrasten gerade. Soll ich denn runterwerfen? Ja, bitte. Aber da ist der Killer-Pries. Ich glaub, der würde sie einsammeln. Boah, cool, du hast ein rotes Schwert. Ich hab noch sechs Diamanten, ey. Hier sind die Kiste. Ich bließe. Jetzt kannst du dir aber... Ey, die schnorren hier die Sachen an den Seiten. Ja? Was? Glaub ich. Ich weiß, die raus, ey. Warte, gib mal bitte hier die Spitzsacke runter. Ins Wasser einfach. Mach echt was. Ich schmeiß eine runter. Bist du unten angekommen? Ja, dankeschön. Ey. Die sollen sich mal verpissen. Wir sind hier voll die Bosse mit unserem Alter. Unseren Myningturtles. Aber echt, man. Richtig gute Sachen. Nur neidisch, Alter. Nur neidisch. Philipp, der Jonas hier bester Mann. Haia. Jetzt noch eine Querie und hinterher. Lass mal die Badbox aufladen. Am besten noch ein. Noch mehrere Solar Pencil. Wie viel brauchen wir noch? Äh, mindestens drei. Macht drei noch. Ja. Wir sind noch. Hölzern. Steinern. Die haben schon Stahlsachen. Die haben schon Stahlsachen. Die sind am Ende. Die haben Minenschacht gefunden. Weil Stahlsachen, die kriegt man nur durch Minenschächte. Also wir haben hier voll viele Sachen auf jeden Fall bekommen. Aber die Myningturtles sind ganz hinten stehen geblieben. Nee, die haben keine Dias gefunden. Was haben die nicht? Meine Myningturtles haben keine Dias gefunden. Ist du jetzt da alleine unten? Ja, ich baue jetzt meine Sachen wieder ab. Der Mats geht zurück und der Hendrik ist, der geht auch zurück, glaube ich. Was haben wir noch? Tschüss sagen. Ja. Oh Mann, bei dir kommen da die ganze Zeit nur Steine hoch, Jonas. Und du musst echt mal eine schnellere Leitung machen. Ja, ja. Wenn ihr Gold dafür ausgeben wollen. Ich habe jetzt noch sechs Stirling-Motoren. Woher auch? Von mir. Wirf die mal runter. Ich tausche die mal kurz aus. Soll ich die Kohle runterschmeißen? Nee, Kohle habe ich noch. Aber Essen brauche ich. Warte, Jonas, Jonas, ich komme mal runter. Essen. Ich habe sowieso noch das Zeug von dir. Essen habe ich dem Christoph mitgegeben. Warte, hier. Nur weil ich das nicht. Dankeschön, Schatzi. Warte, geh nicht weg. Hier ist nur noch deine Spitzhacke. So. 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 So, das ist deins. Warte, ich werfe mal eine Wasser-Eingang. Danke, Christoph. Warte, Jonas, du bleibst noch hier. Da kommt gleich ein Wasser-Eimer. Extra für dich. Doch nicht? Dauert noch ein bisschen. Okay. Oh, die Red-Sign-Engine ist gelb. Ist es ein guter oder schlecht? Gut. Dann wird der schneller. Dann Arbeit. Wir haben LARPes, Jungs. Ja? Ja. Sehr gut. Eigentlich müssen wir mal einen Verzauberungsteil. Scham, oder? Da bringt das nicht so viel hier. Das bringt sogar mehr. Man kann sogar... Jetzt kommt wieder mein geiler Aussprachefehler. Reparatur. Also Repair. Kann man auf Spitzhacken machen. Die Reparier... Die Reparier... Dann gehen die kaputt, geil. Die reparieren sich immer selber. Richtig. Oh, ich bin der Boss. Das ist doof. Ja, mein Know-how. Ich sag doch, ich bin der Baba hier. Ich mach hier mal einen richtig langen Tunnel an den Seiten. Hat noch jemand Kohle von euch? Ich wollte es... Ja. Ich hab noch welche. Jonas, bei dir. Ich werfe mal was runter, okay? Nicht zu mir, Philipp. Nee, nee. Ein bisschen Wasser, Jonas. Okay, danke. Noch mehr? Nee, reicht. Ähm... Ihr brauchtet doch irgendwann mal ein Lapislazu, oder? Ja, wir haben jetzt nichts, gell? Ja, aber dazu brauchen wir auch noch einen Close-Down. Für den... einen... einen... einen Circus... Circus... Will mal jemanden nether gehen, schnell? Ja, wir haben keinen. Wir brauchen eine Spitzhocke. Ja, braucht euch eine. Außerdem haben wir keinen Obsidian. Musst du runtergehen. Hier ist genug Lava, glaub mir. Ja, du musst halt, ähm, dich hochbauen, in die Schlucht rein, und dann von oben draufgießen. Nicht am Wasser einmal, jetzt. Kannst du, mitnehmen. Ich brauche es hier mal Sterling Engines, dann kurz. Wieso brauchst du den Outer, Philipp? Ich mach noch ein paar Solar Pendels. So. Solar, Solar Pendels. Äh, so, jetzt brauche ich aber noch einen Spitzhocke. So, ich muss noch die Kisten beschriften, fällt mir dabei ein. Ja, kann's später. Äh, kannst du mal ein paar mehr Kisten dranhängen, an die... weil die Sterling-Motoren pumpen jetzt viel schneller, glaub ich. Äh, ja, mach ich gleich. Aber Mats kommt schon wieder, mein Gott. Ich glaub, der mag uns jetzt. Ja, ich glaub auch, wir sind recht beliebt. So, jetzt müssen das aber genug Kisten sein. Äh, ja. Junge, warte mal. Äh, können wir noch so eine Diamant-Pipe machen? Mach doch. Dann können wir die Items aufteilen. Willst die sortieren? Kannst du das? Ja. Sehr gut, ja, morgen. Ich kann zumindest fast alles bei Fitiwitz, bis auf Zaubern, das... Das ist auch voll schön. Kann ich gar nicht, aber sonst kann ich eigentlich... Philipp, willst du mir, äh, nee... Jonas muss mir eigentlich sagen, wie man da in die Schlucht kommt. Hey, Johnny, willkommen mal in deine Schlucht. Äh... Einfach hochbauen. Was ist das denn? Was ist das denn für den Stein? Ah, rot. Äh, was ist das? Ähm, kommen grad Kobbels? Nein. Äh, nein, im Moment dürfte nicht viel kommen, eigentlich. Sehr gut. Also jetzt in die eine Kiste. Ach, ich bin auch so. Äh, Jonas, willst du mir jetzt sagen... Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Okay. Nein. Schwarz. Dann Slicks. Dann... Gelb. Aus Grün-Gelb, die ganzen Erze, oder? Gelb, die ganzen Erze. Philipp, weißt du, wie man in die Schlucht rüberkommt? Gibt's einen bestimmten Weg? Hm. Keiner muss ich rüberbauen oder so? Ja, ich sehe da jetzt nicht die Schlucht, die der drüber ist. Ich kann ihn nicht sehen. Ich kann ihn nicht sehen. Ja, wir brauchen Erze. Das wird es tun. Ja, nochmal sechs Diamanten. Ein Christoph? Ja. Ja. Nein, 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 nein. Ja, was? Kannst... was mache ich? Nee. Ähm... Nicht, weil die... gerade, warte. Aus Prinzip nicht. Warum? So pump das jetzt... Alter, hinten liegen voll viel Cobblestone. Ja. Warum liegt das hier? Nimm dir mal alle mit und tu sie in die Kiste rein. Genau, kannst du mal ein paar mehr Kisten oben anschließen? Ja, hat er gemacht. Hab ich doch... Äh, warum... Warum ist hier so viel Cobblestone? Warum hat hier bis jetzt noch keiner eingesammelt? Ich wollte einsammeln, aber... Doch, keinen Bock gehabt. Nee. Okay, jetzt habe ich hier noch irgendein komisches Ding. Das ist noch ein Redstone-Motor. Gebe ich mal dem Jonas.